Ja, hallo von der Spiegelturm, willkommen zurück bei Letzte Verteidiger, Lizardmans. Das Chaos hat unsere dämliche Beschwörung versaut. Lasst uns nicht leichtsinnig sein. Hm, eher Verteidigen als Angreifen. Ach, mir kann es alles sein. Und das Schlimme ist, die haben damit meine Hauptstadt zerstört. Mehr oder weniger. Das kostet dann. Jetzt fehlt mir auch so ein Zentimeter, um da hinzukommen. So, hier bauen wir direkt weiter aus für Kapital. Öffentliche Ordnung hält sich ja noch. Hm. Oh Mann ey Oh jetzt habe ich vergessen meine Agents zu bewegen Das passt alles gut zu dem Elend wie das hier gerade ist Wegen ist der Skarvenclan im Moment so abseits und immer beschäftigt mit den Hochelfen da unten dass ich meine Ruhe habe Ein wenig Oh ich habe es gesehen Aber es war Bestien Das war kein Boah jetzt will er mich verarschen indem er jetzt auch noch das letzte Ding hier kaputt macht von mir Weil ich mit meinem Typen nicht weit genug reisen kann gleichzeitig Beim Decampen darin seht ihr im Keller eines alten Gebäudes einen geheimen Tunnel euch fällt auf dass die Mauern tiefe blutige Kratzboden aufweisen Dies gibt die Frage auf wurde die Tür verschlossen um etwas einzusperren oder um etwas aufzusperren Den Tunnel zum Einsturz bringen Diese Tunnel zu erkunden wird zu nichts Gutem führen sondern vielmehr zu einem qualvollen Tod als Meister eines gänzlich widerlichen Biest Jetzt erstellt den Tunnel Eingang und geht eures Weges Ich habe das gemacht weil es scheißegal ist was ich übrigens was ich mache Er wird sogar so die Stadt angreifen Also egal was ich mache Deshalb ist es egal ob ich dir jetzt dir da den Schatz gesucht hätte oder es sein gelassen hätte Alles latten Das Beste ist Ich kann nichts mehr rekrutieren Ich kann nichts mehr rekrutieren Hösen sind Möpse und Möpse können mein Land nicht verteidigen Langsam muss der ganze Scheiß mal stabilisiert werden So immerhin sind es nicht mehr so viele Und vielleicht kriegen wir es da hin Obwohl da ist noch eine volle Truppe bei Der wird aufgesplittet losgehen So ihr könnt immer feuern Ihr nicht Und noch besser ist dass die Kampfechsenreiter mit Sperren gegen alle Gegner schwach sind Der wird auf jeden Fall an der Seite da lang kommen ey Das ist die ganze Zeit Echsenreiter ein bisschen ablenken. So, Feuer frei. Man scheint nicht so sein Ding zu feuern. Und zurück kommen Echsenreiter. So, der Gatim auf der Seite, aber rennt vor den Weg. Am besten Chaos-Barbaren zerstören. Oh, diese dämlichen Zauber von dem, ey. Ich könnte einfach nur abkotzen. Zauber von Zauber von Zauber. Und in den nächsten reinrennen. Ja, da oben werden unsere Leute auseinandergenommen. Was soll das denn? Warum haben wir den Ansturm abgebrochen? ARK! JORTAK! JORTAK! NURGO! SPECAL ADOLIS! DROKTAR MONDE! TURK JORTAK! JORTAK! ZULTAHELLOID! Vom Hämmerz-Evekt! ZULTAHELLOID! Vom Hämmerz-Evekt! Rammt die da vorne einmal! Na, es wird nicht passen! Egal, wie ich sie jetzt noch mal tatriere. Ah, scheiße, eine Sekunde zu spät. Mein Commandant flieht schon. Ja, vielleicht sammelt er sich ja noch mal. So, noch mal ansturmen. Commandant. Eure Macht in Ehren, aber wir werden es mehr gewinnen können. Vor allem, wenn wir die jetzt einfach aufgeben, obwohl es gar nicht nötig wäre. So schon die Morale mal zermürbt. Ganz großes Kackabiss. Idee, nämlich ein Chaos-Penner. Und das ist noch mehr Kackabiss. Und keine Ahnung, warum er sagt, es werden 50-50 Kampf. Auf offenem Feld. Weil es sind einfache Kleinenratten mit Schwer, ne? Plus 80.000. Was sind das? Kleinenratten mit Schwert einfach. Wir sollten also, äh, Echse gegen Ratte überlegen sein. Das ist nicht so schön. Kallieren? Ich weiß nicht. Was ist unser als? Was ist unser? Hm. Pferde. Kackabins. Renn mal los, ihr macht das schon. Haben die keinen einzigen Fernkämpfer? Das war's für heute, ihr macht das schon. Z-Tack Ich glaube, mein schlimmstes Problem kriege ich daher, dass ich nicht hinter die komme. Immerhin. Ich glaube, mein schlimmstes Problem. Ach, komm schon. Aber ich hab einfach das Gefühl, dass die Fernkämpfer hier nie ordentlich sich bewegen. Oh, das hier jetzt, ey. Was ist denn dein Problem? Weil wir hier nicht durchkommen. Da gibt's keinen Alternativweg. Das hier jetzt, ey. Das hier jetzt, ey. Das hier jetzt, ey. Das hier jetzt, ey. Ullas-Ings Gorda Kerhiz Kekar Goreslas Nasdok Zulst 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 Gorda Zarsus Oh, sind die alle am Arsch Und hier haben die kleinen Ratten eigentlich von beiden Seiten angegriffen und das bringt denen.. das ist denen aber auch ausgeissegal Ich kriege das dann ins feindlichen, äh, Anführer noch zu töten. Mir fehlen einfach die zwei Truppen hier hinten. Mir fehlt eigentlich alles mögliche. So, startet wieder und haut ab. Komm, hebt ab. Oh, jetzt fliegen meine Dämlichen, weil die einfach nicht bei den Ratten gestartet sind mehr. Ah, jetzt gleich ist meine Kommandantentruppe zerstört. Da kannst du auch schon sagen, das wird ganz schön auf die Moral meiner Leute einwirken. Da werden die nämlich platt sein. Oh, und hinten hängen die immer noch und hängen an den kleinen Ratten an, obwohl ich eine Truppe durchgezogen habe, damit die von hinten die angreifen kann. Copy you, jagdoktok. Aykdoktok. Aykdoktoktok. Gosc, gosc. Gosc, gosc. Gosc, gosc. Vessere, who got it? Goss, black shark. Get it? Are you ready? Let your pet? Das war's dann mit meiner dämlichen zweiten Stadt. Ausgeglichene Schlacht am Arsch. Wie soll ich mich auf breiten Flur denn hinstellen gegen die? Die können mich doch von allen Seiten einkesseln. Da können auch meine normalen Krieger locker mal 200 Ratten töten. Ändert nichts, wenn 2000 davon kommen. So abhauen können sie ja nicht. Oh, ich kann ja doch noch rekrutieren. Ob ich denn noch rekrutierungs, äh... Ach, hier können wir rekrutieren, okay. Hm. Ach, lass mich ra... Ach, unglaublich. Der eine konnte ihn sogar erreichen. Wenn die Armee blockiert wurde, haben wir ja ein bisschen Zeit noch. Oh, mich macht das fällig. Meister, es ist ein Pentatosaurus. Dadurch werdet ihr euch besser fühlen. Geweggesindel. 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 Ich hab schon wieder Hunger. Da hab ich mir vorhin ein Omelette noch gemacht. Nämlicher Sport. Waffenstärke plus 10% für alle Armeen. So, Einheit angreift, war erfolgreich. Achso, ach, Ruinauskundschaften sagt mir nur, ob Skaven drin sind. Ich dachte vielleicht kriegen wir noch irgendeine tolle Information. So, immerhin das Aufbauen geht jetzt auch schneller. Durch die Technologie können wir das Hauptgebäude schneller aufbauen. Komm, hau ab, Clan Maws. Solange die hoch eröffnen, dass meine beiden zerstörten, durchs Chaos zerstörten Städte nicht aufbauen, ist ja auch alles in Ordnung. Da kommen sie, die Lakaien. Wäre schön, Erfolg gehabt. Wundervoll. Mehr Beute bitte. So, mehr Stärke gegen das Chaos, oder? Hm. Ach, bekannt und gefürchtet. Man muss hier mal entscheiden, ob die Truppen verstärken oder ob man den lieber, sag ich mal jetzt mit diesem Blitzangriff und so weiter verbessert. Oh, ehrwürdiger Ältester. Aber erstmal kriegt er die Unsterblichkeit wegen Level 20, damit wir den nicht verlieren können. So, nächste Stufe für das Generieren von Kohle. Damit wir wenigstens die Skinkpriester mit da drin haben. Ich weiß, wir generieren nicht mehr Tafeln da durch, aber ist halt so. Bald machen die anderen Fraktionen schon ihr zweites Ritual. Ich hab beim ersten mich schon umgebracht. Wir werden jetzt zuschlagen machen, die Rekrutierungskosten werden zwar höher, aber wir brauchen gerade keine Truppen. Also wir brauchen schon Truppen, aber ich würde jetzt keine weiteren rekrutieren großartig. Verlustverstärkrate erhöhen. Kommune der Waffenschmiede. Entschuldigung. Entschuldigung. Behöver Stärkung. Hm. Tempelwächter. Das sind eigentlich die, die ich bräuchte. Rüstungsdurchdrängende Nahkämpfer. Die würden aufräumen, ganz schön. 1999, das war ein schönes Jahr. So. Aber Freunde der Spielkultur, jetzt machen wir erstmal einen Break und sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, let's play Total War, Warhammer 2. Und es ist noch nicht verloren. Ich geb zum Schluss erst auf. Wenn schon alles wirklich verloren ist.